Heute ist einer wieder der verdammten Tage, die ich komme, trage und mich selber ständig frage, warum ich alle Gefühle plane und sie ist weg. Weg und ich bin wieder alleine. Ach, Leute. Ist ja gar keine Gesangsschule hier. Es ist ja Vlogtime. Und jetzt fragen sich die meisten, Marcel, befolgst du jetzt Regel Nummer 1? Nein. Das zählt nur für Vollzeit-Streamer. Und das sind wir aktuell nicht. Nein. Spaß beiseite, Leute. Einen wunderschönen guten Tag. Draußen ist richtig Pisswetter. Das stürmt. Es regnet wirklich sehr, sehr stark. Und ja, ich weiß, ich bin aus Zocker und ich würde draußen verlaufen, schmelzen. Keine Ahnung, wie man das nennt. Aber das mag ich der Kamera nicht antun. Dementsprechend heute mein Vlog von zu Hause aus gewohnter Umgebung, wie ihr wisst. Das wird sich hier demnächst nochmal alles ein bisschen ändern. Aber vielleicht kommen wir dazu später im Video nochmal. Das Gute ist, dadurch, dass es mit OBS jetzt aufgenommen ist, sollte das Video deutlich kleiner sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch deutlich früher online kommt. So ein Ding ist das auf jeden Fall. Ich habe ein paar Fragen bekommen, auch wenn die ein bisschen merkwürdig sind. Aber ihr kennt mich ja, das, was ich beantworten kann, wenn ich es weiß, beantworte ich auf jeden Fall. Und ich hatte euch gestern zum Beispiel gefragt, welches Spiel ihr euch wünscht, beziehungsweise ob es überhaupt Wünsche gibt. Und die Antworten hielten sich zwar in Grenzen, was ich aber auch theoretisch ganz gut finde, weil wir haben gestern im Stream-Chat schon wieder festgestellt, dass natürlich das gezockt wird, worauf ich Bock habe. Und deswegen kam auch gestern Red Dead Redemption 2, das letzte Mal Arthur Morgan. Und, ähm, ja, wieder sehr emotional, wie ich finde. Also, wir haben, ey, wir haben, ähm, das ist ja zum dritten Mal durchgespielt. Äh, diesmal ohne Ehre. Und, ähm, das ist eine heftige Erfahrung. Also, wenn du selber sonst einer bist, der jedem und allem hilft, ähm, in Videospielen, sag ich mal, ist es ja nun wirklich so, dass wir eigentlich immer der Netteste von Hallen sind. Und, ähm, ja, es, ich hab mich da wirklich sehr, 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 sehr schwer getan. Und, ähm, es ist auch nicht cool, sag ich mal, wenn du da so Badboy-mäßig unterwegs bist und du willst einfach nur in der Stadt und ein Bierchen trinken. Und die gucken dich an, ey, lass meine Stadt heile und mach nicht wieder Ärger, mach nicht dies, mach nicht jenes. Nervig, um nicht zu sagen unangenehm. Ähm, jetzt sind wir mit Arthur durch. Ähm, ich denke mal, es werden noch ein, zwei Streams mit dem Spiel kommen, wo wir dann mit John weitermachen. Ähm, wo wir die Story beenden, wo wir auch das ein oder andere Tier nochmal jagen werden. Ähm, halt für so einen ruhigen Stream-Abend halt mal, ne? So ist es quasi, ähm, ja, so ein bisschen gedacht, sag ich mal. Heute Abend, ähm, würde ich mich in SnowRunner nochmal versuchen. Ich hab das ja schon mal nachmittags gespielt, so vor zwei Wochen etwa. Und, äh, hab das schon, ähm, ich bin mit dem Spiel auch nicht ganz so vertraut, aber ich muss sagen, äh, die, die dabei waren, äh, ja, wir haben uns gut angestellt, würde ich sagen. Das kann auch, ähm, ja, sehr, sehr lustig werden, muss ich sagen. Wenn man dann, weiß nicht, du hast da das krasseste Fahrzeug überhaupt und dann ist da so eine kleine Pfütze und dann willst du da durchpesen und dein Motor sagt so... Schwierig. Ähm, gucken wir mal. Also, ähm, ich denke mal, das wird heute Abend kommen. Und, äh, morgen Abend wiederum, ja, wird's wahrscheinlich... Kein Stream geben. Oder wenn, nur einen sehr, sehr kurzen. Das Problem ist, ich bin bis 21 Uhr auf Arbeit. Ähm, bin also frühestens, um 22 Uhr quasi streambereit frühestens, äh, um dann, ja, so... Gegen Mitternacht schon wieder aufzuhören. Ähm, wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Es kann natürlich sein, dass du auch mal nicht so pünktlich rauskommst. Das kann natürlich auch passieren. Aber, äh, sollten wir morgen Abend streamen, könnte ich mir vorstellen, dass wir in Command & Conquer nochmal reingucken. Die Not-Kampagne ist ja doch... Knifflig. Knifflig. Also, ähm, wenn bei Last of Us schwer, schwer ist, äh, dann, äh, wäre Not quasi schwer hoch 3 Millionen. Also, das ist total krass. Die ersten Missionen, die waren ja relativ simpel auf Normal. Ähm, das ging eigentlich relativ gut. Klar, brauchen wir mal einen neuen Anlauf, aber das ist echt heftig. Also, Respekt an die, die das auf Normal geschweige denn, äh, schwierig halt eben, äh, durchspielen. Das kann ich mir für morgen Abend vorstellen. Äh, Samstag weiß ja nicht, äh, wie es bei anderen, bei euch im Allgemeinen aussieht. Ob wir da ein bisschen COD spielen, ähm, oder ob da was ganz anderes geplant ist. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, ich hab noch ein, zwei Spiele in petto, die ich demnächst, äh, anzocken möchte. Die ich früher auch schon gespielt habe. Und, ähm, vielleicht spielen wir morgen Abend auch Worms oder sowas. Oder, ähm, vielleicht irgendwas anderes Kurzes. Ähm, ja, oder vielleicht auch gar nicht. Das, äh, also morgen, wie gesagt, nicht darauf einstellen, dass ich, dass ich online komme. Das quasi, äh, zu der, äh, Spiele-Variante. Ähm, ja, Friseur war ich. Seiten sind kurz. Ähm, Gott sei Dank. Ähm, das ist ein geiles Gefühl. Gerade als Brillenträger. Ich weiß nicht, äh, wer von euch da draußen eine Brille trägt. Äh, wenn du deine Kopfhörer aufsetzt und das drückt nicht mehr, ne? Oh, beste Gefühl. Und wenn du draußen bist, wenn der, wenn der Wind so an deinen Seiten so längs paced. Ach, geil, geil. So ist es halt einfach. So, äh, was haben wir denn hier für, für Fragen? Mal eben gucken, mal eben gucken. Äh, dindindim, scroll, 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 scroll. Das habe ich nämlich eben. Dim, 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 dim. Förser, ich will nur wissen, wann, wann Invert endlich konstant Internet hat. Förser. Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, die ich mir auch selber stelle. Ähm, ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen. Ähm, wir haben gestern im Stream, glaube ich, anderthalb Stunden einen Podcast gemacht, weil, ganz komisch, ich glaube, ich hatte zum ersten Mal Internetprobleme gestern. Also, ich glaube, zum aller, aller, allerersten Mal. Und, ähm, ja, es ist, es nervt einfach. Es nervt, es ist seit Dezember so. Viele wissen, dass, äh, andere Leute haben Probleme. Selbst die Leute, von denen ich dachte, die haben nie Probleme mit irgendeinem, mit einem technischen Gerät oder mit Internet halt. Selbst die sind davon jetzt nicht verschont geblieben. Es ist nervig. Ähm, ihr habt es gestern mitgekriegt, wir haben Onstream bei der Telekom angerufen. Und, ähm, wir sind bei diesem Regio-Team. Ähm, ich sollte mich melden, wenn, ja, quasi in live was passiert. Ähm, also quasi, wenn eine Störung ist bei mir, äh, dann sollte ich da sofort anrufen. Das haben wir auch gemacht mit einer halben Stunde Verzögerung, weil so lange waren wir dann in der Warteschleife letzten Endes. Und, ähm, ja, die fragten mich doch an allen Ernstes, äh, ja, ähm, wieso rufen sie eigentlich an? Ja, weil ich eine Störung habe, ich sollte mich melden. Also das ist, ähm, schön ist was anderes auf jeden Fall. Und, ähm, mit der Telekom selber bin ich auch zufrieden. Das Problem ist, dass die Telekom selber so ein, ja, ich glaube Carrier nennt sich das, die Plusnet GmbH. Ähm, mag ja ein toller Laden sein, aber ich habe sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit denen gemacht. Und, ähm, ich muss auch sagen, ähm, ich fühle mich da auch jetzt nicht so, äh, ernst genommen. Wenn ich denen genau sagen kann, welche Fehler zu welchem Zeitpunkt auftreten. Und, ähm, die Techniker dann von diversen Filmen, äh, morgens, mittags und nachmittags in die Leitung testen und sagen, Hey, immer, Marcel, die Leitung ist wunderbar. Ja, ach, komisch. Du, das ist, äh, 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 ey, Marcel, Sonntag sind deine Umsätze aber immer scheiße. Ja, hm, vielleicht, weil wir nicht offen haben? Also, ja, was, was wird sich darüber ärgern? Ich glaube, wir hatten gestern einen sehr, sehr lustigen Stream, obwohl es Podcast war. Ähm, gekündigt habe ich bei der Telekom. Wobei, kurz geht raus an die Telekom. Telekom mag ich. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit denen gemacht, auch Handy-mäßig und sowas. Alles schön und gut. Aber, ähm, ja, wenn man dieses Zuhause-Regio hat und die müssen dann eine andere Leitung mieten, mag das ja alles funktionieren. Das hat bei 1&1 früher und sowas auch alles geklappt, aber hier klappt es nicht. Und, ähm, ich möchte einfach nur wieder, wenn ich einen Speedtest mache, soll da unten ein Provider stehen, den man kennt und den man vertraut und nicht irgendwie so ein, so ein Heimatverein, ähm, ja, naja, der davon halt keine Ahnung hat. Also, ich hoffe, ich bin mit, äh, EWE in Kontakt, ähm, ich bin mit der, äh, Telekom in Kontakt und, ähm, ich hoffe, dass, ähm, spätestens, also natürlich zeitnah, aber hoffentlich spätestens, der Vertrag geht bis zum 23. Oktober, ähm, dass ich mit der EWE irgendwie etwas so aushalten kann. Und wenn ich Internet doppelt zahle, das ist mir nachher auch egal. Ähm, klar, doppelt für Internetzahlen ist totaler Schwachsinn, gar keine Frage, aber ich möchte einfach nur Konstantes. Klar, wären da 100.000er oder noch mehr geiler, ich habe 50.000 aktuell, ähm, aber wenn diese 8, 9, 10 Mbits, die da hier so ungefähr ankommen, wenn die einfach nur konstant wären, das würde mir reichen. Und wenn ich dann beim COD-Update auch zwei Tage runterladen muss, dann lade ich da zwei Tage runter, dann ist das halt so. Aber ich möchte einfach nur vernünftig streamen können, weil, ähm, ich kann euch kein Content bieten, wenn das Internet nicht da ist und ich selber merke ja auch, ähm, ja, dass man so ein bisschen gereizt ist, sag ich mal, wenn man, du kommst nach Hause, du hast Bock auf Streamen, du hast, äh, du hast Bock auf deine Leute so, ne, und, ähm, ja, dann wird dir das genommen, weil das Internet nicht will. Keine Ahnung, das ist, stell dir vor, äh, ein cooler Weg als Beispiel hat, hat BVB-Tickets, geht ins Stadion und die sagen, ne, ihre Tickets sind ungültig und du kriegst, du kommst halt einfach nicht rein. Ähm, oder, was weiß ich denn, ähm, du willst, äh, seit langem willst du da und da hin, ähm, weiß nicht, die Leute, die aus Gütersloh kamen oder sowas, fahren in Urlaub und, ne, sie kommen aus Gütersloh, ne, also da, äh, da muss ich los. Ähm, mag alles, ja, irgendwo seine, ja, schwierige Themen auf jeden Fall, aber es ist einfach nervig, wenn du dich auf was freust, ähm, und dann im letzten Moment wird dann gesagt, ne, ist nicht. Aber dafür haben wir das gestern sehr, sehr geil hingekriegt, muss ich sagen. Ähm, also internetmäßig hoffe ich doch sehr zeitnah. Ich bin da auf jeden Fall am Schreiben, am Machen, am Tun. Ähm, es ist so, dass, äh, ja, theoretisch, per E-Mail wurde mir gesagt, gestern Abend wurde ein Langzeit-Test gemacht, die am Telefon gewusst hat nichts von. Eigentlich soll auch heute Nachmittag ein Techniker kommen, oder wurde vorgemerkt, aber ob der nun kommt, weiß keiner. Ob der überhaupt an meinem Haus muss, ob der in einem Verteilerkasten sitzt, ich kann euch das nicht sagen. Und das ist gerade das Schlimmste. Ja, ähm, ich hoffe, die Frage ist einigermaßen beantwortet. Ansonsten kommentiere das Video und, äh, schreib es runter, denn, dann gehe ich da noch weiter drauf ein. Ähm, ach ja, und planst du für YouTube auch noch, äh, eigene Videos, äh, zu machen, game-technisch? Du meinst so Let's Play-mäßig? Puh, ähm, also, wenn bereits beantwortet, hau mich nicht. Nein, ich hau dich nicht. Ähm, schwierig, glaube ich. Also, dadurch, dass die Zeit mir im Nacken sitzt, also, ich meine, ich arbeite 40 Stunden in der Woche und, äh, stream im Monat über 200. Oder gute 200. Wüsste ich, glaube ich, nicht, wie ich das anstellen sollte. Also, ich glaube, da würde mir tatsächlich die Zeit zu fehlen. Wenn du so Let's Play-mäßig das meinst, ähm, ich habe eine Idee. Ähm, ich habe mit anderen, die Idee, dass, wenn wir eine Switch zum Beispiel haben, dass wir so Mario Kart folgen oder auch Mario Party oder sowas, äh, aufnehmen und, ähm, das dann halt eben auf dem YouTube-Kanal hochladen. Weil, er heißt ja nochmal Invert Master Plays, aber aktuell ist es ja mehr so Vlog-Only. Ähm, das Problem ist, wann soll ich das aufnehmen? Also, theoretisch müsste ich denn dafür ja einen Stream-Abend opfern, oder, ähm, wir müssen ja beide Zeit haben. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, wenn wir jetzt Vollzeit-Streamer wären. Gar kein Ding. Gar kein Problem. Dann lasse ich irgendeinen Nachmittags-Stream ausfallen, ähm, nimm das auf und gut ist. Ähm, ich habe auch schon überlegt, ob ich so ein paar Tutorials mache, quasi. Also, ich meine, das eine oder andere Spiel soll ich ja tatsächlich gut können. Und, ähm, das wäre eine Idee. Das könnte ich vielleicht machen, so an Tagen wie heute, wo ich zum Beispiel sage, ey, es ist jetzt 13.41 Uhr, ähm, ich muss gleich noch einkaufen. Ähm, dann nehme ich eben eine halbe Stunde was auf, lade das hin hoch und let's go, ne? Also, eine Idee wäre es, also, ähm, man könnte vielleicht, ah, guck mal, jetzt gerade habe ich kein Internet. Jetzt ist es wieder da. Wollen wir, wollen wir in Echtzeit gucken? Ich habe gerade nämlich gesehen, dass die, dass die Keylights kurz kein, kein WLAN hatten. Warte mal, da sind wir mal eben live dabei hier. Zahne mal eben anmelden. Dumbumbumbumb. Hm, ne, komisch. Nö, das sah doch nicht danach aus. Hä? Ja, auf jeden Fall waren die Keylights kurz einmal weg. Ähm, um die Frage zu beantworten, also, geplant, ja. Datum, keine Ahnung. Also, ich sage mal, ich habe ja jetzt doch das eine oder andere noch vor. Und, ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn die Switch halt da ist, dass es in Mario Kart, Party und Co. ein bisschen was gibt. Und, dass ich vielleicht das eine oder andere Spiel, also, doch, ja, schon. Ähm, aber, ich glaube, die Zeit sitzt mir im Nacken. Also, Lust dazu hätte ich, gar keine Frage. Aber, ich muss auch wieder sagen, ich bin ein großer Freund davon, das, was ich spiele, das streame ich. Und, ähm, ich hasse Offline-Zocken. Ich glaube, man merkt das auch, wenn mein Internet so scheiße ist, dass ich nicht streamen kann. Und ich bin bei André zum Beispiel dann im Stream-Chat. Ähm, und zockt dann auch, ich bin deutlich ruhiger als sonst. Also, ähm, das ist so ein bisschen, als wenn ich Marathon laufen müsste und man hält mich nebenbei fest. Das ist, ja, das geht, aber es ist nicht das Gleiche. Also, ich, ich brauche euch irgendwie. Es ist, es ist, ja, dafür machen wir das ja, ne. Und, ähm, ja, wir gucken mal. Vielleicht kommt das ja gut an. Also, geplant ja, aber ich kann nicht genau sagen, äh, zu wann das ist. Äh, ich habe mich nicht vorbereitet. Cooler Weg, ich frage, ähm, was sind deine drei Lieblings, äh, Filme und, äh, Lieblingsspiele aller Zeiten? Uff, ach, und Film und Spielereien würden als ein zählen. Ja, also ich sage mal, wir haben ja Zeit, also, drei Lieblingsfilme. Also, einmal auf jeden Fall The Wolf of Wall Street. Da, da, da brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Also, ich glaube, fast jeder Alert war von diesem Film. Ähm, ich bin nun mal Verkäufer und, äh, klar, diese Verkaufstaktiken, die da herrschen, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ähm, aber den Film liebe ich. Definitiv. Da brauche ich nicht drüber reden, das, das, äh, der steht ganz weit oben. Ähm, Filmreihe Fast and the Furious, Bad Boys. Ja. Ähm, das sind, glaube ich, so die, die ich am meistens und häufigsten geguckt habe. Ähm, Serie waren früher Smallville, 24, aber ich glaube, viel mehr Serien habe ich nicht geguckt. Doch, SWAT? SWAT? Ähm, ich glaube, so in die, in die Richtung geht's. Ja. Wolfie, Bad Boys. Ja, wobei, Top Gun feiere ich sehr. Ich feiere auch so Tage des Donners. Und, ähm, auch, das gibt viele, viele gute Filme tatsächlich. Auch, die Marvel-Filme sind alle geil, aber, ich glaube so, ja, ich meine, guck mal, ich gucke jetzt gerade auf dieses Poster von The Wolf of Wall Street, ne, und Bad Boys. Also, uh, yes. Ja, in die Richtung, Spiele rein. Ähm, boah, also, äh, es gibt so viele geile Spiele, ne. Also, wir haben ja gestern im Stream auch schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, was alles sehr, sehr geil war. Also, Last of Us zählt auf jeden Fall, zählt da schon an Spielerei, es sind zwei. Das ist sehr geil. Tony Hawk zählt für mich dazu. Ähm, ähm, Red Dead, gar keine Frage. Mafia, die Mafia-Spiele, sehr, sehr geil. Ähm, auf Anno, Age of Empires, Metal Gear Solid, boah, das, es gibt so viele, also, ich könnte nicht genau sagen, das ist jetzt irgendwie, äh, das Beste oder sowas. Ähm, ich glaube, ich brauche von jedem immer was. Ich habe auch sehr lange FIFA früher gespielt, aber, ja, wie gesagt, ja, ich weiß, PES ist, äh, das, das Beste. Aber da war Lothar Matthäus noch auf dem Cover und das war, weiß nicht, 2001, 2002 oder so. Also, das ist schon, ähm, das ist schon ein paar Tage her auf jeden Fall. Ja. Ähm, Förser fragt auch, äh, ich habe noch was eher was anderes, äh, glaubt Invert an Schicksal? Ähm, eher nicht so. Also, ähm, ähm, jeder darf natürlich das glauben und daran festhalten, wovon er überzeugt ist. Ähm, klar ist es manchmal schon so, dass ich sage, oh, das ist jetzt Schicksal, dass ich die und die Person treffe, oder was auch immer. Ähm, mit Sicherheit kommt das mal vor. Ähm, aber, ja, wie soll ich sagen? Ähm, ich glaube, man kann fast alles selber beeinflussen. Also, ich war in der Schule ja zum Beispiel, weil ich sehr, sehr viel gezockt habe früher, also heute natürlich auch, aber früher noch krasser, glaube ich, äh, die Schule sehr, sehr vernachlässigt. Also, ich meine, ich habe Deutsch 4, Englisch 4, Mathe 5, also 10. Klasse Realschule. Ähm, dann habe ich Kaufmann im Einzelnen gelernt, habe mit 1,6 bestanden. Also, ähm, ich würde sagen, dass das läuft. Ich habe die Kurve gekriegt, ähm, aber ich war dafür selber verantwortlich. Also, ich habe mich, glaube ich, schon in vielen Sachen durchgesetzt, und, ähm, man kann vieles in die eigene Hand nehmen, und wenn man an gewisse Sachen glaubt, und man wirklich was will, dann macht man das einfach. Also, egal, ob du das jetzt fürs echte Leben nimmst, ähm, für einen Stream, oder für Freunde, oder was auch immer. Ähm, ja, also ich, richtig dran glaube, nein. Nein. Dafür, ähm, dafür, äh, habe ich zu viel selbst in der Hand, sagen wir mal so. Ja. Cooler Wegfaden noch, äh, oder die größte Film, beziehungsweise Spiele, Enttäuschung. Ui. Oha. Film Enttäuschung? Also, du, guter Weg, ich weiß ja, bei uns, also in, in Bremen gibt es ein Kino, das heißt, äh, Sinistar, ähm, und wenn du, oh, ich glaube, war das, wenn du 40 Mal in zwei Jahren ins Kino gehst, hast du eine Platin-Card. Ich habe diese Platin-Card. Ähm, also ich gehe eigentlich sehr, sehr oft ins Kino, ähm, und ich kenne sehr, sehr viele Filme, manche auch mehr, manche weniger. Ähm, wurde ich von einem Film mal richtig enttäuscht? Also, man würde auf Anhieb nicht sagen so, boah, der Film war richtig scheiße. Also, mit Sicherheit gab es, gab es Filme, äh, wo man sagt, ja, die kann man einmal gucken und nicht wieder, klar. Ähm, ich muss spontan daran denken, ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Cinesseek ist, das ist, du setzt dich ins Kino, du zahlst irgendwie 4 Euro, 4 oder 5 Euro, ähm, und es kommt ein Film, der erst noch vorgestellt wird, also quasi noch vor, vor Premiere. Ähm, den zeigen die meisten so 4, 5, 6 Wochen vorher, und der Film hieß Hexor Rich, wo der Typ, der auch Spider-Man spielt, ähm, ohne Waffe in den Krieg zieht, so als Arzt mäßig, und, ähm, der hat mich am meisten überrascht, muss ich sagen, also ich dachte am Anfang, oh, hä, was ist das denn für ein Film jetzt, so voll komisch so, ne, ähm, aber das war eines der heftigsten Filme, wo ich, den ich nicht auf dem Zettel hatte, und, äh, der echt sehr, sehr krass war, aber, das beantwortet die Enttäuschungsfrage ja nicht, ne, ich kann dir das nicht sagen, also, Enttäuschung, ne, wüsste ich nicht, Spieleenttäuschung, hält sich auch wieder in Gänsen, also, ähm, dadurch, dass man sich ja erst informiert, und dann kauft meistens, ähm, könnte ich jetzt kein Spiel sagen, so, oh, das ist jetzt aber scheiße, oder so, klar könnte man jetzt sagen, oh, 60 Euro für Resident Evil 3, ähm, ist preis-leistungsmäßig für den Hintern, trotzdem habe ich es gerne gespielt, ähm, ne, was habe ich, achso, ne, Spiel-PC ist aus, was habe ich denn, ne, also, mit Sicherheit irgendwie mal, wo Teil 1 gut war, und Teil 2 war schlecht, oder sowas, aber, richtig enttäuscht, meistens kaufst du die Spiele einfach gar nicht, oder hast du noch damals irgendwie, äh, irgendwie bin ich verschnupft, weiß ich auch nicht, das ist auch, ich habe auch ganz beschissen geschlafen, ich weiß auch nicht, was das soll, ähm, ne, ja, so enttäuscht kann ich nicht, kann ich nicht wirklich sagen, ne, und natürlich, Hund oder Katze, ja, also, natürlich Hund, ähm, wobei, äh, kein Hate gegenüber Katzen, die die Katzen lieben, sehr, sehr gern, ähm, wir hatten selber zwei Hunde, Schäferhund und Berner Sennhund, und, ähm, ja, beim Hund sagt man irgendwie, der treueste Freund des Menschen und so, ne, äh, definitiv Hund, selbst bei Last of Us, da kam ein Hund vorbei und ich, ja, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, ähm, auf jeden Fall Hund, und, äh, denn tatsächlich glaube ich schon fast fährt, weil mein Onkel hatte zwei Friesenhengste tatsächlich, mit denen wir auch beim Burking im Drive-In waren, und, ähm, ja, ich weiß, wie man Pferde sattelt, und, äh, die Kutsche spannt, hätte ich fast gesagt, und, ähm, ja, die Spieler haben es gezeigt, ne, also ich glaube, das war glaube ich mehr so eine rhetorische Frage, ja, ja, so sieht es aus, welches Sternzeichen, Bruder? Löwe, glaubst du an Schicksal? Habe ich beantwortet, äh, was wolltest du mal werden? Uff, ganz ehrlich, Zocker, es hört sich dumm an, aber, ich habe genau die Zeit mitgemacht, wo, äh, CS 1-6, ähm, nun wirklich krass im Kommen, äh, ja, was heißt im Kommen war, aber, ich habe das wirklich sehr, sehr oft gespielt, und mit Mausports, und Attics, und MTV, und, äh, Losers, und, ähm, TBH eSports, und, äh, Pot hießen die einen noch, und, ach, wie die da alle hießen, ähm, ich habe wirklich auch Freundschaften dafür aufs Spiel gesetzt, äh, beziehungsweise habe dann dann zu anderen gesagt, so, äh, entweder wir trainieren öfter, oder verpiss dich, so in der Motto, ich bin nicht stolz drauf, ähm, aber ich habe da wirklich sehr, sehr viel gespielt, und, ähm, ich war überzeugt davon, dass man das schaffen kann, ERS habe ich relativ, also, ESL Amateur Series habe ich relativ gut gespielt, würde ich sagen, ähm, habe auch mal Angebote gekriegt, habe es aber nicht wahrgenommen, weil ich mit meinen Leuten das schaffen wollte, und, ähm, ja, letzten Endes war es zwar eine, eine geile Zeit, aber, cool technisch, vergiss es, ich habe zwei Larmpartys mal gewonnen, aber mehr so kleinere, wo so 100 Leute waren, ähm, aber nichts irgendwie so Dreamhack mäßig, oder sowas, da war ich nie, ähm, schon immer Einzelhandel, äh, gab es da was anderes, äh, ne, Einzelhandel kam tatsächlich nur, ähm, weil mein Schulabschluss, ja, wie ich schon sagte, richtig scheiße war, und, ähm, ja, nichts gegen die Verkäufer, ich bin selber einer, ähm, um Verkäufer zu sein, ähm, brauchst du zumindest schulisch kein großes Zeugnis, und, ähm, ich hatte André damals von diesem Job erzählt, und, äh, daraufhin hat er sich sofort da beworben, und ich denke mir so, oh, scheiße, den willst du ja eigentlich haben, ja, jetzt musst du aber hin, hab also morgens um halb fünf oder so, da eine E-Mail hingeschrieben, ob der Job noch zu haben ist, hab mich auch gleich vorgestellt, und, ja, beim Quatschen, ähm, sagt er dann so, ja, ist klar, ich, ich melde mich dann nochmal, und, ähm, beim Quatschen aber selber hat er gesagt, Marcel, du kriegst den Job nicht, und ich denke so, hä, wie, also, kriegt man nicht eine Absage eigentlich einen Tag später oder so, nee, du bist so gut dafür, also ich hab mich eigentlich für so einen Werkstattjob beworben, ne, so ausliefern, anschließen und sowas, ne, also so wie du redest, bist du auf jeden Fall Verkäufer, ich so, what, ja, zack, hab ich im April angefangen, das war Ostern, Ostern 2009, und, ähm, ja, wenn ich was kann, ist es sabbel, ne, ist halt einfach so, ähm, lief relativ gut, in der Ausbildung bin ich Abteilungsleiter geworden, und, ähm, ja, das kann ich, definitiv, ja, welche Unterhose trägst du heute, ne blaue, äh, Tommy Hilfiger, mit, äh, rotem Bund, ähm, nein, das zeige ich lieber nicht, was hast du am 24.12.2004 gegessen? Die Wahrscheinlichkeit, dass es Kartoffelsalat mit Würstchen war, ist sehr, sehr groß, aber beweisen kann ich es logischerweise nicht. Wo war es am 8.7.2014? Das war mit Sicherheit, äh, auf einem Parkplatz, äh, für Public Viewing, das müsste ja genau ziemlich, fast eine Woche vor dem Finale gewesen sein, wo Deutschland gegen Argentinien, äh, gewonnen hat, 1-0 in der Verlängerung durch Mario Götzler, an dem Tag bin ich mit meiner damaligen Freundin zusammengekommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass am 8.7.2014 mit Sicherheit irgendeiner, äh, Fußball gespielt hat. Ähm, 8.7.2014, war das Halbfinale? Ah, ja, guck mal, WM-Halbfinale Brasilien 7-1. Ähm, das habe ich mit André zusammen geguckt. Ähm, in André seinem Kinderzimmer müsste das gewesen sein? Ja, doch, oder? War das André, haben wir das zusammen geguckt? Doch, ich meine das in André seinem Kinderzimmer. Ähm, da saß sie auf dem Sofa und wir haben uns schon gewundert, warum in der 22. 23. 25. Minute oder sowas, Klose und Kola total eskalieren. Ähm, doch. Ziemlich wahrscheinlich, ja doch, das war bei André, hundertprozentig. Wie hast du André kennengelernt durch die Schule? Wir sind in die, äh, seit der fünften Klasse waren wir in der gleichen Klasse. Willst du mal Kinder haben, wenn sich das anbietet, auf jeden Fall. Ähm, aber, äh, ja, was soll ich sagen? Ich glaube überhaupt, bin teilweise einfach zu nett für diese Welt, ne? Ähm, und, äh, ja. Ich bin zu haben, liebe Damen. Was? Ähm, du, wenn sich das anbietet, gerne. Ähm, ich bin viermal Onkel. Ich komme damit gut klar. Meine Schwester meint immer so, oh Marcel, willst du nicht Erzieher werden? Wie ist das? Ähm, gucken wir einfach mal, ne? Deine Lieblingseissorte? Boah. Jorot Kirsch? Schrazzatella? Irgendwie so? Ja. Der BVB wird aufgelöst und du kannst dich nur zwischen Bayern und Schalke entscheiden. Wen wirst du ab, was ab dann dein Fußballherz, äh, 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 also die, also, oder die, die Frage solltest du also denn natürlich Bayern. Also, wenn du einmal BVB, also, ich bin offiziell kein BVB-Fern, ich gehöre keinem, ähm, Verein irgendwie an. Äh, Sympathiepunkte definitiv, Dortmund und Liverpool. Ähm, gar keine Frage. Ähm, auf Arbeit sind alle Werder Bremen, meine Familie HSV. Und, ähm, ja, ich freue mich für die einzelnen Vereine, aber ich bin jetzt nicht traurig, wenn es nicht so ist. Ähm, aber wenn ich BVB-Fan bin, oder so wie du die Frage formulierst, ähm, kannst du nicht zur Schreike gehen, das Todesurteil, da kannst du also, da, da wirst du ausgeschlossen aus NRW, das ist, nein, das geht nicht. Also, denn, denn lieber, äh, Bayern, definitiv. Wenn du ein Musikgenre opfern müsstest, um Corona zu vernichten, welches wäre es und warum schlager? Die Frage hast du aber sowas von kopiert. Ähm, und damit ist der 45 Minuten Vlog sicher. 45 noch nicht, aber wir sind bei 31. Also, ist auf jeden Fall schon nicht schlecht. Ähm, ich würde gar keinen Genre, äh, opfern am ehesten, glaube ich, äh, wäre irgendwie so, weiß ich nicht, Hardcore-Techno, ach, ich habe auch keine Ahnung, wie der, jeder soll die Musik hören, die er, worauf er bocke. Ähm, gar keine Frage. Ähm, ja, Corona, scheiß Sache. Gar keine Frage. Ähm, eins kann ich aus privater Sache dazu sagen. Ähm, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die Kurzarbeit, die bei mir noch bis Ende September geht, noch bis, ja, Frühling nächsten Jahres geht, also bis 31.3. vielleicht sogar. Und, ähm, ja, das bedeutet also eine Woche Urlaub pro Monat. Und ganz ehrlich, das passt mir gut in den Kram. Also, es hört sich jetzt doof an, Corona ist eine scheiß Sache, bedroht Existenzen, viele leiden da drunter, viele sind krank, ähm, das ist alles nicht cool, ähm, was die Zeit angeht, ist es für mich gut, weil, ähm, ne, Twitch ist schon sehr, sehr geil. Ich hoffe, dass das Internet da auch mal irgendwann keine Aura mehr macht. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, es hilft mir dabei, dass wir weiter ausbauen, ne? Und, ähm, Fösser hat ja auch gefragt, hier, wie sieht das aus mit YouTube und sowas. Sowas kann man natürlich in so einer Woche mal angehen, ne? Oder ich kann auch Alerts mäßig was machen. Ähm, apropos Alerts, ihr habt euch ja noch einen gewünscht. Ich glaube, ich mache mir den, ähm, an meinem Geburtstag, also an dem Tag, wo ich Geburtstag habe. Und das als Bitzzahl. Irgendwie so. Cool, wie gutt ihr die Frage eigentlich beantwortet, wann ich Geburtstag habe? Ja. Seit wann ist Internet überhaupt BVB-Fan? Äh, offiziell nicht, aber, ähm, ich fieber auf jeden Fall mit. Das ist auf jeden Fall, vor allem, da gehe ich davon aus. Leute, wir haben Discord, ausruhzeichen Discord in den Twitch-Chat auf jeden Fall. Ähm, da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Wir haben auch eine Need for Speed-Crew. Ähm, und, ja. Gibt es sonst noch was? Ähm, natürlich bin ich nebenbei wieder am, am Design. Es gibt noch so ein, demnächst so ein, so ein, so ein neues Panel unter dem Twitch-Kanal, wo dann Discord draufsteht. Das wird gerade designt. Ähm, spielemäßig wüsste ich gerade erst Anfang September wieder, dass wir was Neues machen. Ja, wir haben ja aber auf jeden Fall noch ein gutes Programm. Ja. Ich glaube, ich habe alles. Aber ich glaube, das ist auch der längste, äh, längste, Leute, der längste Vlog überhaupt. In dem Sinne, es ist 14 Uhr, Leute. Na, wer ist jetzt live gegangen? Ah, Piro, grüß dich. Piro ist gerade live gegangen. Kurs geht raus. Ähm, ich ziehe mich jetzt richtig an. Also, das hier mal wechseln und, äh, andere Hose an und all so ein Kram. Und, ähm, dann werde ich einkaufen. Heute soll wohl schon um drei Kaffee sein. Irgendwie so. Und, ähm, dann mit Oma nochmal spazieren. Ich hoffe, das ist dann trocken. Und dann gibt es nachher, denke ich mal so, ab kurz nach 18 Uhr. Hoffe ich. Äh, irgendwie einen schönen Stream. Äh, mal gucken, wie lange wir heute machen. Äh, ja, über die nächsten Tage wisst ihr Bescheid. Äh, nee. Ich glaube, das langt. Meine ich. Bleibt gesund da draußen. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich glaube, äh, wir können den Titel irgendwie nennen. Wann hat Invert eigentlich Geburtstag? Irgendwie so. Ja. Leute, vielen, vielen lieben Dank. Danke für diesen, für diese XXL-Folge. Buddha schuld. Aber, äh, Ehre. Und, ähm, ja, super, vielen lieben Dank. Kuss geht raus. Bleibt gesund. Und wir sehen uns heute. Abel. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.